Hallo und herzlich willkommen zu Trials Fusion in dem Karriere-Modus. Yeah! Ab geht's! Wuhu! Ich hab da so richtig Bock drauf. Einfach mal essen mit der Karriere starten, hab ich mir gedacht, Geil, 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 geil! Wuhuhuhuhu! Wie ist das? Der war geil! Alter! Fuck, 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 fuck! Stunt, 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 Stunt! Komm, 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 komm! Yeah! Nein! Nein, nein, nein! Oh, Mann! Shit, 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 shit! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Oh, 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 oh! Ich glaub nicht, dass ich's da noch rüber schaffe! Fuck! Komm, 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 komm! Einmal Stunt noch mit dazu! Und dann kommt die gleiche Scheiße dabei raus wie gerade eben! Einmal, einmal hoch, einmal hoch! Alles ist möglich! In Trials Fusion kann man auch den Berg wieder zurück hochfahren! Okay, nur ein Stück weit, aber egal, das wird zu erreichen! Komm, 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 komm! Yes, 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 yes! Cut, yes, 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 yes! Yeah! Hahaha! Geil! Geiler Shit! Pass! Ich feier das Game! Hm, Silber! Okay, oh! Hm! Hm! Ich hab schon ein paar vorgespielt hier! Einfach mal, um reinzukommen ins Spiel! Weil es ist ein bisschen tricky, finde ich! Also, was ist tricky, aber... Ja! Zumindest für mich gar nicht mal so einfach! Ich bin das einfach nicht so gewohnt! Das ist so derbe geil! Das ist so... Das ist so derbe geil! Komm, 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 komm! Nein! Keep exploring! Yes, 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 yes! Ja! Das war jetzt...! Nicht so... Nicht so! Sagen wir mal so, aber nicht so! Bob! 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 Bob!bajabapp! Bob! Bob!b- Wobei Trial Fusion, der zumindest habe ich bemerkt, ein bisschen Probleme mit den Texturen,cast mit dem Nachrogan, wenn man vielleicht noch PREFERCHt er bockt sich so derbe sollte man jetzt darauf achten ein fehler maximal okay in 50 und halb Sekunden müssen es schaffen da kommen ist es machbar auch kommen natürlich okay und go ich weiß ich sag das oft das fühlt sich einfach geiler zu tun ein Fehler maximal komm 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 nein 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 Leck mich doch am Arsch. Komm, da muss sein. Einen Fehler habe ich jetzt schon. Scheiße. Komm, Missilinär. Doch. Eiskalt von DayZ geklaut. Yes. Cliffhanger. Komm, da haben wir auch nur Brosse bis hin gekriegt. Ab geht's. E-N-1-10, maximal ein Fehler. 0 Fehler. Ich frag mich ja, was Gold ist. Weil es geht abwärts. Komm, 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 komm. Zieh, 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 zieh. Komm, wir schaffen das auch so. Ich bin voll Profi hier. Oder auch nichts. Komm, 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 komm. Yes, 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 yes. Zieh, 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 zieh. Nein, 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 nein. Nur ganz leicht, nur ganz leicht, nur ganz leicht. Okay, jetzt mache ich Vollgas, jetzt mache ich Vollgas, rüber, Vollgas, rüber. Korn Kumpel Kumpel die S 2 weitere Medaillen freigeschaltet m das hatten wir schon hier weiter neben den Sünden da habe ich Lust auf benötigt für Silber 2 Fehler 50 Sekunden das ist machbar 2 Fehler im Eispalast hier es gibt wahrscheinlich gleich die Gamer an geil 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 komm 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 schaffst du schaffst du schaffst du komm durch 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 yes 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 Silber ja natürlich 0 Fehler und 37 Sekunden Silber Alter Schwede war das knab auf Gold. Na, scheiße. Na, haha. Da brauche ich einfach nur den Charme. Das schaffe ich nie. Ich weiß nur nie, warum. Wie soll das gehen? Sobald man aufkommt, war es das immer. Ja gut, da gelingt mir nie mehr als das. Okay, mache ich das nächste. 2 Fehler 54 Sekunden. Aha. Ja komm, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall selber, ne? Ah, das sind immer die Herausforderungen. Ah, okay. Komm, 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 komm. Ah, leck mich doch am Arsch. Ah, nee. Ich bin sogar hinter meiner eigenen Zeit. Komm, 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 komm. Jetzt bin ich davor. Hehehe. Drin Silber. Geil. Oh yeah. Dass die Xbox One das Spiel auch nur in 900p schafft. Wunder mich. Na ja. Das geht ja nicht. Dann machen wir mal weiter mit Shio oder Chopper versuche ich mal. Was brauche ich denn da? Für Gold 0 Fehler 40 Sekunden. Ach komm. Ich gebe mir den Scheiß jetzt einfach mal. Aber wenn ich mir sicher bin, dass es nicht klappt. Ich weiß nicht mal, wie diese Herausforderungen aussehen sollen. Ich mache einfach mal ein paar. Hehehe. Oh, geil. Das war jetzt geil. Fand ich zumindest. Nein, 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 nein. Oh, komm. Nein, da unten geht es sogar weiter. Nein, und ich drücke zurück, ich Idiot. Komm, das machen wir nochmal von Anfang an. Komm, also den Ehrgeiz, den habe ich jetzt. Komm, 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 komm. Ja, das ist geil. Nein. Egal, ich ziehe es jetzt ganz normal durch. Aber mit ein paar Tricks noch. Es wäre nicht mehr weit gewesen. Es wäre nicht mehr weit gewesen. So eine Scheiße war auch. ja okay okay Wuhan im Zentrum ab geht die Willefahrt Wolkenkratzer Showdown сорaz fkel amount fot lost shit 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 zieht sie ohhhh okay nein 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 es ist geil gut Come you need to do it zieht sieh drüber drüber dicen durchs Wasser durch Wo geht's lang? Wo geht's lang? Okay, da geht's drunter! Da geht's drunter! Oh, scheiße, 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 scheiße! Komm, drüber, 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 drüber! Keinen Scheiß mehr brauchen! Keinen Scheiß mehr brauchen! Rein da! Ja, Gold! Keinen Scheiß mehr brauchen! Komm, drüber, drüber! Geil! Nein! Das war richtig scheiße! Na dann! Oh, knapp, 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 knapp! Noch knapper! Komm! Komm, drauf, 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 drauf! Okay, wieder runter, wieder runter, aber nur nicht, nur nicht fehlen, nur nicht! Ja, das zählt als Crash, natürlich! Klar! Ich hab's nicht gut gemacht, aber trotzdem! Was ist das denn? Komm! Pfff! Okay, das werde ich jetzt voll failen! Ich fail das total! Mann! Wer immerhin zählt der Checkpoint, aber ich verkackst total gerade, alter Schwede. Schon fünf Retries. Nummer 6. Warte, wenn wir doch einen in die Fresse geschlagen haben mit der Aktion hier. Gut, immerhin war es schneller als damals. Das ist ja was. Aber gut ist es nicht. Bronze. Ich versuche es mal ein bisschen Stunt-mäßig hier. Nur für Angeber. Genau das brauche ich. 14.000 Punkte brauche ich, um Silber zu erreichen. Ja. Komm, das wird doch. Sorry. Nee, nee. Oh, da geht überall immer viel mehr. Nein. Alter, komm, ich mach nochmal von Anfang an. Das ist ja... Das ist ja für ein Arsch. Okay, Weedy geht auch. Okay. Ich mach ihn auszusehen, den Weedy. Boah, nein. Nein. Okay, mich packt jetzt der Ehrgeiz. Sorry, Leute. Geil. Nein. Voll verkackt. So, einmal nach vorne. Ein paar Punkte extra. Bisschen Wheelie. Nein. Nein. Kann doch alles nicht mehr wahr sein. Noch 11 Sekunden. Komm, ich muss es ins Ziel schaffen. Aber ich werde niemals Silber kriegen. das ist jetzt richtig verkackt eigentlich. Insgesamt. Ja, ich muss es wiederholen. Ich muss einfach. Es ist zu geil. Komm, 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 komm. Gleich am Anfang. Ein bisschen Punkte, ein bisschen Punkte, ein bisschen. Nichts. Wie nichts. Was wollten die von mir? Was wollten die eigentlich von mir? Wie soll ich denn die Punkte bitte machen? Naja, voll in die Fresse. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Frontflip. Das war doch nicht nur ein Frontflip. Bei dem verarschen. Ins Ziel. Zeitbonus 7516. Und selbst da habe ich jetzt dieses Mal nicht geschafft. Ey, komm. Komm. Ey, einmal auf jeden Fall noch. Das war doch kein Crash komplett. Nochmal. Nochmal. Dead save. Was? Wenn ich den schaffen würde, komm, noch einmal. Ich weiß. Es regt auf. Aber ich kann nicht anders. Daher halte, dass ich da... Ich muss mich einfach mal mehr trauen. Wenn ich mich da mehr trauen, kommt scheiße bei raus. Das ist schwer zu halten, das Teil. Oh, das war jetzt nicht versehen tatsächlich. Komm, 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 komm. Komm, jetzt schaffe ich es, jetzt schaffe ich es, jetzt schaffe ich es, jetzt schaffe ich es. Nein. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Reine Müdigkeit vorschützen. Was? Das hatten ja alle von mir. Komm, noch einmal. Natürlich. Okay. Nein, 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 nein. Nein, okay, ich schaffe es nicht. Sorry, Leute, ich schaffe es nicht. Bin zu schlecht dafür. Sind wir auf der Strecke, ich bin einfach zu schwach dafür. 37, eine Medaille brauchen wir noch, um hier weiter machen zu können. Komm, hier im Wasserwerk, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist einer der ersten Strecke. Roach, ab geht's. Ein Fehler, 52 Sekunden. Komm, 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 komm. Drüber, 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 drüber. Komm. Geil. Komm, 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 komm. Zieh, 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 zieh. Los, 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 los. Nein. Scheiße, Alter, ey. Wie kann mir nur sowas passieren? Hey, das muss Silber geben. Ja. Kaktus-Herausforderung. Und TKO-Panda freigeschaltet. Also ein Quad-Bike. Nice. Find ich gut, find ich gut. Super geil. So, und die Kaktus-Herausforderung, die schauen wir uns in der nächsten Folge an. Die Kaktus-Herausforderung.